Hallo und herzlich willkommen bei einer neuen Playlist, die ich gleich erstelle, die wir teilen, Test. Also, da werden Sachen getestet. Und ich habe heute schon angefangen mit dem hier. Dr. Edgar Götterspeise. Ja, in grün. Hier. Ja, wenn man sie draufdrückt, hört sich das so an. Ja, Dr. Götterspeise, Waldmeister, Geschmack. Dann werde ich da nochmal auf. So sieht der Deckel aus. Und ja, das ist Waldmeister. So, jetzt mache ich gerade noch einen Löffel. Hier ist der Löffel. Schön spitz immer vorne. Muss das bei mir immer so schön spitz sein. Und ja, so sieht es aus. Duften tut es nach. Waldmeister. Ich hole mal ein ganz kleines Stück raus. Ich glaube, es kann nicht rausfallen, nein. Kann nicht rausfallen. Von Löffel. Auch nicht. Ja, so sieht es aus. Es wackelt auch schon. Und ja, es ist ein bisschen widerlich. Wie sieht man es, wie es sich wackelt. Ja. Und. Ja, und damit wir die Playlist jetzt gleich direkt erstellen. Das war's. Tschüss und bis dann. Ciao. Ciao.